war schon mal ein guter anfang jedenfalls die erste runde ja, 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 ja Das war's. so Fuse nochmal, hat doch gut geklappt So, war hier gerade der Brümchen weg, sollte ich Robert So 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 Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. An der Tür ist glaube ich die nächste, diese Zwischentür. Die ist schon weg, die aus der Tür. An der Tür ist schon weg. Stachel dran. Scheiße, ich bin tot. Oben drüber der Bandit. Rücken, die haben Lesion. Sie stören mein Spielzeug. Mit freundlichen Grüßen. Explosion steht bevor. Ja oben drüber, in dem komischen Spielzimmer, wo die Eisenbahn steht. Die hatten irgendwie was dagegen, als ich gefust habe. Entschärfer. Entschärfer ist aktiviert, beschützt ihn um jeden Preis. Hinter der Wand sitzt er. Ja. Schön. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Das war doch nicht. Ja. Packen wir da ein. Das kleine Hämmerchen. Bis zum nächsten Mal. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. So. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Vielleicht noch mal ein Bandit. Sehr gut. Klaschelt einstirbt. FGN ADO unterwegs. ADO befestigt. Mach eine Spritztour. Determine ist außer Betrieb. ADO ist scharf. FGN im Einsatz. Der Deck bestimmt wieder, dass ich nochmal mit dem Fuse gehe, um mich abzufangen. Das hat er nämlich jedem schon gemacht. Das war der Bandit halt. Aber gut, okay. Sorry. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Das Fenster meint sich her, ne? Das Fenster meint sich her, ne? Elektronik. Der sitzt hier hinterher. Hier hinter irgendwo. ich traue mich sicher zu rein zu helfen ja wie gesagt damit oben fragt jemand scheiße der zitter der palette da trägt ich habe mir schön sein und schuss gegeben jo gut 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 Hm. So. Weiter. Gucken wir mal, ob wir zu mir hinterwollen. Die Gegner haben eine Bombe. Die Wand ist sicher. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Wand ist verstärkt. So. Aber die Wände mal kurz komplett. Klofitzer, ne? Mhm. So. 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 Die Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Es bleiben noch 5 Sekunden. Leider keine Zeit mehr. Sehr gut. Ganz ein bisschen bescheiden. Ein ganz normaler Tag. Die Bombe zu schützen. Die Bombe zu schützen. Schreck ist bereit. Schreck ist bereit. Schreck eingesetzt. Die Bombe zu schützen. Die Bombe zu schützen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Die Bombe zu schützen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Ja, Drohne für uns geklaut. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Sicher von den Löwen Überraschungen. Ich starte die Tau. Die ist gerade hier rüber. Von der Automatische in den Raum rein. Das ist schon bei mir im Raum in dem Loch. In dem Loch rein. Durch die Wand. Und. Schön. Ich fahre die Purs. Ja. Nehmen wir das Glück. Ich fahre die Pursche. Ich fahre die Pursche. Ich fahre die Pursche. Ich fahre die Pursche. Wir müssen eine Bombe aufschmieren. Wir müssen eine Bombe aufschmieren. Ich fahre die Pursche. Auf geht's! Ihre Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Bombe gefunden. Gelangst zu ihrer Position und entschärft sie. Du hast ihn entscharfer fallen gelassen. Du hast ihn entschuldigt, aber du hast ihn entschuldigt. Na, meine Zugangsperre hat besser als nix. So, warte mal. Ich hab sich jetzt die Mauer oben rein. Scheiße, zu spitt. Da hab ich nicht dran gedacht an das Scheißding. Ah, scheißdämliche Tod. Na ja. Die erste Runde haben wir so gewonnen. Jetzt haben sie mal so gewonnen. Ja. 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 Schau nochmal rein, dass ich da hab. Ja, ich habe eine Uniform für Vigil, ein weiteres Neues. Ich habe eine Uniform für Vigil, ein weiteres Neues.